Ja, unsere Sendung, unser Auftritt beim Corona-Ausschuss wurde auch von mehreren Sendungen, wurde diese Sendung als besonders wertvoll erwähnt. Ja, das heißt also, deswegen unbedingt schauen, hier, achso, ich bin hier falsch, einfach draufklicken, ah, das ist unser Tagesbild, das muss ich noch ein bisschen rücken, wie können wir das machen? Ich glaube, Sie sehen das jetzt etwas besser, sozusagen, ja, so können wir es, glaube ich, lassen, ja, und hier, also unbedingt sofort schauen, hier, Sie klicken einfach auf News und Talks für Gebildete, brauchen gar nicht auf die Playlists, aber Sie sollten natürlich immer, denn Sie haben hier dann schon direkt die erste Playlist, können Sie dann anklicken, wo Sie dann also unser volles Programm schauen können. Und als drittes ist die Sendung und ab 1 Stunde 47 Minuten 22 Sekunden, also ab 1 Stunde 47 Minuten 22 Sekunden finden Sie die Next Scientists for Future vor dem Corona-Ausschuss mit ihrer definitiven Aussage. Ja, und ja, dazu passt dann auch sozusagen, ja, ich stelle gerade nur noch mal unser Tagesthema vor, das ist dann nachher unsere Tagesthemen-Sendung, beziehungsweise Hör-Journal, wir machen ja immer alles in einem, ne, und dann schauen wir uns das noch mal an mit den Kurznachrichten jetzt hier. Ja, ja, also, die Achse des Guten heißt, glaube ich, der Sender, ach gut, Pogo oder so ähnlich, ja, da sagte wohl jemand, wir sind auf dem Weg zur Abschaffung der Wissenschaft, wie Rechte hat. Und ich hatte ja auch in der Sendung beim Corona-Ausschuss dann gesagt, wie, wie, dass wir eben 90 Prozent Pseudowissenschaft rechnen müssen, weil wenn wir über Jahrhunderte Fehlanreiz zu wirken haben, sozusagen, dann häufen sich lauter Unwahrheiten und Irrtümer, also die ganzen Vorteilbringenden Irrtümer häufen sich an. Und wenn der Vorteil nur daraus besteht, dass dadurch, dass irgendeine Untersuchung fälschlicherweise quasi irgendwie die Konzepte eines Industriebetriebes bestätigt irgendwie, und dann dieser Industriebetrieb an den Lehrstuhl oder wie auch immer neue Forschungsgelder spendet oder es zur Verfügung stellt. Und in dem Sinne erweist sich dann eine falsche Studie als ein vorteilbringender Irrtum. Und so häuft sich überall in der Wissenschaft sozusagen Wissenschaftsmüll an, pseudowissenschaftlicher Wissenschaftsmüll sozusagen an, weil eben die Fehlanreize in der Wissenschaft eben auch zur Folge haben, dass sozusagen der, der sich irrt, hat einfach mehr Erfolg, weil er zum Beispiel, ja, wenn wer sich irrt und zum Beispiel sagt, ja, ach nee, Rauchen ist nicht so schlimm, wie man dachte, oder Zucker ist nicht so schlimm, wie man dachte und so weiter, ja, der bekommt natürlich dann weitere, da werden Gelder bewilligt dann von der entsprechenden Zucker- und Tabakindustrie, ja, und so häufen sich immer mehr, wird die Wissenschaft angehäuft, voll von vorteilbringenden Irrtümern. Also dieser Satz, wir sind auf dem Weg zur Abschaffung der Wissenschaft, da kann ich nur sagen, auf diesem Weg sind wir seit Jahrhunderten. Und Symptome davon war ja nur der ganze Kampf der Wissenschaft gegen Kopernikus, gegen Kepler, gegen Galilee, gegen Gregor Mendel, gegen Newton, gegen Gregor Mendel, gegen Charles Darwin, gegen Alfred Russell Wallace, ja, und jetzt auch eventuell gegen die Next Scientists for Future als die Nachfolger von Darwin, ja, die Nächsten in der Kette. Und, ja, und es kann jetzt sein, dass manche von denen, die ich jetzt genannt habe, vielleicht nicht von der Wissenschaft bekämpft wurden, aber bei Darwin weiß ich es ganz sicher, dass er vor nichts mehr Angst hatte als vor den Professoren in Oxford, von der Oxford University, weil er sich klar war, dass die eben echte Wissenschaft nicht wollten, eben keine Wahrheiten wollten über das Leben sozusagen, ja. Und, ja, dann Dr. Frank war wohl auch bei dieser Ach-gut-Pogo-Sendung und der vertraut nur den Zahlen, nicht der Studieninterpretation, ja. Ja, das bedeutet eben, wenn er überhaupt Studien vertraut, dann vertraut, also dann haben wir ja sozusagen, irgendwie wird die Studie angekündigt und am Ende sozusagen eine Zusammenfassung gemacht und da steckt dann die Interpretation der Studie irgendwie immer mit drin. Und die nimmt oft überhaupt keine Rücksicht auf die Zahlen, sozusagen die Zahlen stören, weil eigentlich sozusagen der Studienleiter vorher schon im Kopf hat, was dieses Studie eigentlich bringen soll als Ergebnis. Und deswegen ist dann eben diese Interpretation, die ist oft eben unzulässig und falsch. Und wenn man dann nur auf die Zahlen guckt, wie Dr. Frank quasi empfiehlt, und da wenigstens nicht grundsätzlich betrogen oder gefuscht oder sonst was gemacht wurde, ja, dann sozusagen, dann verraten die Zahlen oft, was die Studie wirklich aussagt. Und das ist oft das Gegenteil von dem, was der Studienleiter als Interpretation möchte, vielleicht, weil sein Auftraggeber genau dieses Ergebnis der Interpretation der Ergebnisse möchte, sozusagen. Ja, aber wir haben eben eigentlich keine richtige Wissenschaft mehr. Wir haben nur noch die Next Scientists for Future und wir haben nur noch den Weltrat. Und damit haben wir nur noch eine Instanz, die wirklich unbestechlich nur der Wahrheit verpflichtet ist und die alles prüfen und auch total interessiert sind daran zu hören, was an ihren Konzepten von Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und so weiter, also die Beendigung der Menschheitsepoche, der Fehlanreize und der vorteilbringenden Irrtümer, die uns alle von vorne bis hinten durchmanipulieren und unser aller Leben zerstören, Das ist das Ziel der Next Scientists for Future und des Weltrates, diese Menschheitsepoche der letzten 400.000 Jahre Leidensgeschichte der Menschheit zu beenden. Ja, dann andere Sendungen so, Im Krankenhaus sei nichts los mit Schwerkranken, mehr mit Corona-Bürokratie. Und das verrät eine Sendung, die eigentlich eine Sendung eines Corona-gläubigen Arztes ist. Aber eigentlich verrät die Sendung, es ist nichts los mit Schwerkranken, es ist mehr los mit der Corona-Bürokratie oder den Erfordernissen, die die Vorschriften sozusagen auferlegen. Dann haben wir eine Sendung von 5 Ideen, Dave Brüsch, Schweden, die habe ich in die Playlists reingenommen. Also da habe ich den Sender angemeldet, dass die das aufnehmen sollen. Die folgen ja unseren Wünschen immer, was wir in den Playlists rein empfehlen, nehmen die auf. Also so, dass man dann hier, wo ist es denn? Hier, dann gehe ich jetzt mal hier auf Playlists, Playlists und gehe mal auf Playlist 3, ja, und gehe auf Alle ansehen, stoppe das und gucke mal, wenn man jetzt hier durchgläht die Playlist, dann müsste ja jetzt hier irgendwo, also Sie müssen sich dran gewöhnen, diese Playlists sind der eigentliche Sender News und Talks, ja, denn die veröffentlichen ja vieles, manchmal auf meine Empfehlung, manchmal auch selbsttätig. Und hier steht es, wie schlimm ist C, ein Bericht aus Schweden, Animationsvideo eines Artikels von Telepolis, ja, also unbedingt schauen hier 9 Minuten über Schweden von 5 Ideen, Dave Brüsch über Schweden, ja, also, und lesen Sie, schauen Sie alle 3 Playlists, alle 4 Playlists, wenn Sie des Englischen mächtig sind, schauen Sie natürlich auch die 4. Playlist, ja, und, ja, so, so, dann schauen wir mal, dann geht es hier weiter mit den Kurzmeldungen. Ja, dann noch einmal ganz klar, unsere Gesundheitsreform, unsere Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, wo wir im Moment nicht die Regionalbudgets bevorzugen, die sind gut, Regionalbudgets sind gut, Ärztebudgets oder Hausarzt- Ersatzpraxenbudgets und Hausarztbudgets sind sinnvoll und so weiter, sodass der Arzt dann sozusagen alles tut, präventivmedizinisch sozusagen, Krankheit zu verhindern, denn alle großen Kosten gehen ja von seinem Budget ab, die muss er ja mit seinem Budget bezahlen und dadurch wird sein Gehalt umso geringer, je kränker die Leute werden. Das ist im Prinzip alles richtig, solche Budgets, ja. Idealerweise natürlich werden die Budgets eingezahlt, analog der Vorerkrankungsgeschichte der Patienten, sodass die für die Schwerkranken, es auch ein höheres Budget gibt und wenn dann der Arzt es schafft, sozusagen die Krankheiten zu verhindern, dann ist das positiv. Man kann das natürlich auch ganz ohne Individualisierung machen, nämlich, dass man die Budgets eben berechnet gemäß der früheren Erfahrungswerte mit dieser Personengruppe oder mit diesen Bereichen, ja. So, dann, und bei uns gibt es, wir empfehlen ja eher die Wohlfühlstimme, weil die uns auch eine Volldemokratie bringt, weil die Wohlfühlstimme so etwas wie eine fortlaufende Volksabstimmung ersetzt und praktisch identisch ist mit einer fortlaufenden Volksabstimmung, denn sozusagen, wir wissen dann zu jeder Sache, wie sich die Bevölkerung vom Wohlfühlen her entwickelt, als Folge einer politischen Entscheidung. Ja, und entscheidend ist, dass mit der Wohlfühlstimme dann auch wir so weit gehen können, dass je, ja, das kann man allerdings auch mit den Budgets erreichen, dass jeglicher Papierkram entfällt, dass der Arzt muss keine Abrechnungen mehr machen und nichts, gar nichts mehr. Er kann sich rein auf seine ärztliche, idealerweise präventive, präventiv-medizinische, ernährungstherapeut-medizinische, lebensstilmedizinische Arbeit konzentrieren, hundertprozentig, und was er da zu tun hat, kann er kostenlos, lernt er dann kostenlos bei den Next Scientists for Future und beim Weltrat. und, ja, der, sozusagen, von daher ist das eine Riesenentlastung auch für die Ärzte, wodurch sie dann Zeit haben, ihre eigene Gesundheitskommune mit ihrem Gesundheitsteam der Zukunft aufzubauen, sozusagen, und mit den Sportvereinen zu fusionieren, mit den Sportvereinen des Umfeldes zu fusionieren, und so weiter, ne, mit den Fitnessstudios und so weiter, sodass wir dann eine Instanz für alles haben, ja, der Hausarzt, die Hausarztteams werden die, die Orte für Gesundheit inklusive Fitnesszentrum, Sport, Sportveranstaltungen, Tanzveranstaltungen und so weiter, ja, sowas wie, wie Diskothek auch, ja, das kann ja sein, dass die Hausärzte dann auch Diskotheken mit dazu nehmen, in denen regelmäßig ihre gesundheitsorientierten Tanzveranstaltungen stattfinden, am besten natürlich auch mit Paartanz und so weiter, alles, was gesund ist und Spaß macht und die Menschen zusammenbringt und Liebespartner, die Menschen liebesmäßig zusammenbringt, die Wahrscheinlichkeit steigert, dass sich erste Menschen in mehr Generationenwohngemeinschaften zusammentun oder gar in Kommunen zusammentun und vielleicht so den Bonobo-Kommunismus ausprobieren wollen, ja, alles wie, jeder wie er mag, alles freiwillig, die einen leben in christlichen Gemeinschaften, die anderen leben monogam, die anderen leben asexuell, andere leben als Singles, mit wechselnden Partnern, jeder wie er mag, alles völlig frei, bloß nichts vorschreiben, niemals was vorschreiben, dagegen sind Menschen allergisch und deswegen schreiben auch die Next Scientists for Future niemandem etwas vor, niemals. Ja, und jetzt müssen wir gucken, ja, auch der Krankenkassenmanager, dem müssen wir also auch irgendwie einen positiven Anreizschlüssel geben, er muss irgendwie damit, also je kleiner die Krankenkasse wird, je geringer die Beiträge sind, die erhoben, also je mehr die Beiträge gesenkt werden müssen, ja, wenn die Hausarzt-Teams, ja, mit ihren Gesundheitskommunen die Leute immer gesünder machen, ja, dann, dann können wir die Beiträge irgendwann auch senken, und wobei das nicht so schnell geht, weil wir von den Beiträgen ja auch letztendlich die Supermarktleiter und die Restaurantleiter ihre Verdienstzuschläge bekommen dafür, dass sie die Leute gesünder ernähren als vorher sozusagen und die Leute seltener krank werden, die Kunden seltener krank werden als früher, ne, und, ja, aber langfristig kann man dann irgendwann die Krankenversicherungsbeiträge senken und wenn die ganze Gesellschaft schon viel gesünder geworden ist sozusagen und dann muss der, ja, je gesünder sich die Menschen entwickeln und je stärker die Beiträge gesenkt werden können, desto mehr Belohnung muss es für den Krankenkassenmanager geben, weil er ja sonst den Fehlanreiz hat, ich bin umso wichtiger, ein je größeres Finanzvolumen ich verwalte und manage, ja, ich bin Manager eines 50 Milliarden Krankenversicherungsbetriebes, das klingt eben erst mal besser als eines 5 Milliarden Krankenversicherungsbetriebes, deswegen müssen wir ihm Prämien, Verdienstzuschläge geben, Verdienstzuschläge, Verdienstzuschüsse geben, je geringer das Finanzvolumen der Krankenkasse wird und je niedriger die Beiträge gesenkt werden können, ja, und von daher, ja, also, zunächst einmal werden die, die sich gesenkten Einnahmen eben auch dazu verwendet, dass man, das spielt eigentlich keine Rolle, wie man das macht, ob denn nun der Staat die Verdienstzuschläge an die Supermarktleiter und Restaurantleiter ausschüttet oder die Krankenkassen das machen und dafür dann der Staat in der Wirtschaft die Steuern etwas erhöht, sodass er einen Teil des wirtschaftlichen Gewinners durch weniger Krankheit im Betrieb sozusagen, höhere Leistungsfähigkeit im Betrieb und so weiter, davon könnte man einen Teil per Steuern in die Staatshand nehmen, den Rest lässt man im Unternehmen, weil die sollen ja auch profitieren von der positiven Umstellung der Gesellschaft, ja, und dadurch kommt es dann dazu, ja, und dieses Geld in der Staatshand kann man dann wiederum verwenden, um eben sozusagen entweder die Supermarktleiter weiterhin zu belohnen oder eben die Krankenkassenbeiträge auf diesem Wege dann zu senken, auf jeden Fall darf der Manager, muss der sozusagen an der positiven Gesundheitsentwicklung der Versicherten, muss er eben beteiligt werden mit Verdienstzuschlägen, damit er bloß kein Interesse daran hat, dass weiterhin sozusagen das ganze Krankenversicherung ein Interesse an der Aufrechterhaltung von Krankheiten hat, also das müssen wir zuverlässig verhindern, sodass also auch die Mitarbeiter entsprechende Verdienstzuschläge bekommen, wenn das ganze Krankheitsvolumen schrumpft, ja, nicht, dass die plötzlich, plötzlich uns irgendwo noch ein Interesse am krankbleiben der Menschen entwickeln sozusagen, ja, und das muss man zuverlässig verhindern. Ja, so viel die Kurznachrichten und jetzt die Tagesthemen kurz, ja, also es haben sich jetzt etliche Leute telefonisch gemeldet beim Büro der nextscientistsforfuture.de anlässlich dieser Sendung mit über 50.000 Klicks, ne, und weit über 4.000 positiven Likes sozusagen, ja, also, und da war das Thema auch wieder, warum, warum spricht man nicht miteinander, ja, die Gemeinwohlökonomien, also auch die, die Felbersche und die Gemeinwohlökonomie-Varianten der nextscientistsforfuture, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsformen, ja, und die Fridays for Future, Greta Thunberg, die, Greta, Luisa, die also bei Frau Merkel waren, bei Kanzlerin Merkel waren, und so weiter, die müssen endlich an einem Tisch diskutieren und feilen an dem neuen Weltkonzept und müssen sich eben ganz klar aussprechen gegen die volkswirtschaftlichen Grundirrtümer von Markus Krall, Hans-Werner Sinn, aber auch von Sarah Wagenknecht, die also quasi so denkt, wenn wir genügend von Reich nach Arm umverteilen, wäre die Welt in Ordnung, dadurch würde die Welt nur viel schlechter werden, wir würden viel mehr, die Hauptschulabbrecherin würde wieder viel mehr Kinder bekommen und unsere gebildeten Frauen würden nach wie vor keine Kinder bekommen, dadurch würden wir keinen Unternehmernachwuchs haben und Dr. Markus Krall und Hans-Werner Sinn sozusagen leben in dem Zentralirrtum, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung quasi gut sein, in Wirklichkeit sind freier Markt und freie Arbeitsteilung, voll von lauter Fehlanreizen, die grundsätzlich der Verbreitung von, jetzt gehe ich doch mal auf unser Bild, hier World Council, Next Scientist for Future, Weltrat, jetzt gehe ich doch auf unser Bild, Ja, dass also freier Markt und freie Arbeitsteilung in jeder Behörde geschieht immer das Gleiche. Der, der in der Wahrheit ist und quasi zum Nutzen der Bevölkerung denkt und handelt, der macht keine besondere Karriere, ja, und da sind die Fehlanreize unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung sind die Bedingungen überall so, Wer in der Wahrheit ist und der Bevölkerung dient, der macht immer, hat immer den geringeren Erfolg und stirbt irgendwann sogar aus, er kann gar keine Nachkommen mehr finanzieren sozusagen, weil eben die Fehlanreize im freien Markt und freier Arbeitsteilung überall sind, ständig sind, und dann taucht irgendwann nach dem Naturgesetz von Mutationen und Selektion in jeder Behörde, in jedem Wirtschaftsbereich ein sich irrender Mensch auf und dieser Irrtum führt dann dazu, dass er ganz großen Erfolg hat, hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren kann und dann zum Beispiel der Vorfahre von Drosten, Lauterbach und Wieler wird und sozusagen, und weil eben diese Irrtümer sich und unter den Rahmenbedingungen der Fehlanreize im Rahmen, unter den Rahmenbedingungen freier Markt und freier Arbeitsteilung und der dazugehörigen Fehlanreize bewirken, wirken sich Irrtümer als vorteilbringende Irrtümer aus und infizieren dann sozusagen diese vorteilbringenden Irrtümer infizieren als quasi Viren des Geistes die gesamte Weltbevölkerung und vergiften unser aller Denken in schädliche Richtungen und so weiter und ja, und das ist eben genau das, was freier Markt und freier Arbeitsteilung in Verbindung mit Fehlanreizen mit der Welt gemacht haben, 400.000 Jahre lang, ich denke, es reicht, ja, ich hoffe, Sie haben es verstanden, dass Sie hier am einzigen Ort auf der Welt in der Wahrheit sind, es gibt nur eine richtige Wahrheitsinstitution auf der Welt, das ist Next Scientists for Future und Weltrat, Next Scientists for Future ist ja nur ein Arbeitskreis des Weltrates, ja, und deswegen ist also sozusagen, wir müssen freien Markt beenden, freie Arbeitsteilung beenden, wir müssen die soziale Marktwirtschaft beenden und endlich ein menschenfreundliches, gemeinwohlorientiertes Gesellschaftssystem aufbauen. Das können aber leider nur die Next Scientists for Future und der Weltrat richtig, aber wir müssen uns an einem Tisch sitzen, wir müssen mit einer Stimme sprechen, wir müssen so lange diskutieren mit Fridays for Future, mit der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und so weiter und allen anderen Konzepten, bis wir uns einig sind und alle sich sicher sind, dass dieses eine Konzept denn in einer Weltpressekonferenz mit Greta und Luisa und allen anderen Felber und so weiter der Welt vorgestellt wird als zur Diskussion freigegeben. Wir haben ein Weltkonzept vordiskutiert und ich vermute, dass es relativ ähnlich sein wird wie das Konzept der Next Scientists for Future, aber vielleicht haben diese Leute dann ja noch Ideen, wie man das Ganze noch verbessern kann. Oder es wird ein Kompromiss sein aus Gemeinwohlökonomie und Next Scientists for Future und ein Kompromiss aus den Vorstellungen von Fridays for Future. Nur, ja, dann würden wir die Weltrettung einleiten. Oh ja, das war es jetzt schon mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald und unbedingt zum Schluss noch mal unbedingt die wichtigste Sendung überhaupt schauen. Wo ist sie? Moment, muss ich sagen. Also hier, ja, das ist sowieso, also Playlist Nummer 3, ganz am Ende, 5 Ideen, Dave Brüch, ja. Und am Anfang der Playlist müsste ja auch dann, wenn alles stimmt, wenn die das alles richtig gemacht haben, müsste jetzt ja hier auch die Sendung drin sein. Und wir haben sie hier an der dritten Stelle, ist der Termin 12, Fehlanreize im System. Und ab eine Stunde, 47 Minuten, 22 beginnt die Welt der großen Wahrheit, das Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodag. Wobei noch einmal sein Konzept der Regionalbudgets ist gut. Aber das Konzept der Wohlfühlstimme ist noch besser, weil es noch mehr Probleme auf einmal löst, weil wir die Wohlfühlstimme dann nicht nur im Gesundheitssystem verwenden können, sondern auch im Demokratiesystem uns endlich die Lobbyisten vom Halse schafft und so weiter und uns alle Probleme löst in der Demokratie und in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Denn die Wohlfühlstimme können wir zur Ermittlung jedes Verdienstzuschlages für jeden Konzern, jeden, zum Beispiel die umweltvergiftenden Konzernes, können wir das als Beurteilungsgrundlage nehmen. Und deswegen sollte man mit Dr. Wolfgang Wodag da noch mal irgendwann in Ruhe sprechen, welche Vorteile das Regionalbudget hat, welches Vorteile das Konzept der Budgetierung bei den Next Scientists for Future hat und welchen Vorteil das Konzept der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten und der Langlebigkeitsdaten hat und wie man dafür sorgt, dass sozusagen niemand mehr ein Interesse daran hat, irgendwelche kranken Leute, sei es aus den Praxen zu treiben, zu vertreiben oder aus den Krankenkassen zu vertreiben. Das lässt sich mit gut gesetzten Anreizen alles leicht verhindern, mit positiven Anreizen leicht verhindern, solche Fehlanreize. Und man kann die Daten so in die Hand des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden und der Statistischen Landesämter so geben, dass vielleicht die Krankenkassen gar nicht mehr wissen, wer bei ihnen überhaupt schwer krank ist, weil das nur noch über Zahlen kommuniziert wird und sie mit den Zahlen nichts anfangen können. Ja, also das war es doch mit der jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Bitte sofort schauen. Tschüssi, bis bald.